Ich komme mit meinem Spirits Quarry an. Aber eine würde doch reichen, eine Steam Engine. Ja, um es zu betreiben, ja. Ich brauche auf jeden Fall gleich noch Kohle wieder, weil mir ist jetzt eine Steam Engine schon ausgegangen, weil es so wenig Kohle da ist. Wie heißt das andere Ding? Ey, was ist das? Du brauchst Pipes, glaube ich. Du musst einfach nur eine Truhe draufsetzen. Ach, das verbindet sich automatisch? Ja. Du brauchst ja nicht unbedingt eine Pipe. Na, dachte ich. Nur wenn du das irgendwo hinbefördern willst. Na, in die Truhe da drunter. Was soll ich jetzt mal überlegen? Mach ich jetzt noch eine? Ich muss durch Eisen einschmelzen. Ach komm, mach ich jetzt einfach. Zack. Zack. Kohle. Kohle. Wo ist meine Kohle? Krass, ich habe nur noch ein Stück Kohle. Ich brauche immer noch Storm Pricks. Ich brauche unbedingt einen zweiten Energy Condenser. Ja, bräuchte ich auch mal. Zack. Äh, Chemical Chest brauche ich dafür. Wie ging die Convalence Dust? Brauche ich dafür. So, das brauche ich nur. Das schifft schon wieder. Kann das sein? Nein. Oder irgendwas rauscht hier. Ja, ich habe es ausgemacht. Das hat bestimmt gerade eben das angefangen. Ich höre es eh nicht, deswegen. So, nochmal Steam Engine. Eingelast. Zwei Stone Gears. Jetzt kommt schon wieder so ein genialer Song. Von Dings. Audio Mikro. Da muss ich mir nochmal neu holen. Ich habe das so langsam. Ich habe das so alten. Ja, habe ich ja auch. Ich muss aber so langsam mal wieder neu machen. Achso, da muss Koblestone rein. Da muss halt Koblestone rein. So. Jetzt habe ich aber alles. So, jetzt brauche ich nur noch Kohle, um die da rein zu machen. Gut, jetzt pumpt sie wieder richtig. Ach. Ja? Hm. Ich bin super, Mann. Zack. Ich bin mal eben weg. Ja. Bis gleich. Zack. So. So, jetzt habe ich das Falsche da unten reingelegt. So. Was wollte ich jetzt machen? Genau. Einen weiteren Energy Collector. Äh, Kondenser. So, dafür brauche ich insgesamt. So, ich brauche noch eine Truhe. So, vier. Fünf, sechs Diamanten. So. Das heißt, erstmal brauche ich eine Chemical Chest. Ach, woher stehen jetzt ein Konferenz. So, da haben wir Koblestone und Shark Coal. Warte mal, habe ich nicht noch. Guck mir mal den Quarry da hinten an. Den Quarry. Ich will mal gucken, wie das aussieht, wenn man auf dem Berg steht. Ich will mal gucken, wie das auf dem Berg zu machen oder unterirdisch. Das ist Nikolid. Die steht ja nicht auf dem Berg. Ich kann aber reingucken. Ja. Kannst du, weil ich da oben nämlich jetzt ein Fenster hin mache. Weil das wird... Bald baue ich die Quarry ab, wenn die fertig ist. Und dann kommt da... Äh... Nach der Bahn. Nein. Meine, äh... Atomrakete hin. Atomrakete? Ja, ich probiere hier irgendwie so ein Raketenstartteil. Oh, fuck, 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 fuck. Da sind drei Creeper. Und alle liegen sie unten. Einer ist sogar in die Lava gefallen. Scheiße, ich habe da ein Jetpack. Kann ich da aber auch nicht fliegt, ich fliege was runter. Ja, es wäre geil, wenn man sowas nachbauen würde. So ein Atomrakete. Ah! Ah! Oder ich mache das unter meinen Thronraum. Also mit dem Thronraum auf Glasplatten und da drunter dann die Quarry. Das würde auch geil aussehen. Ja. Dann mache ich das so. Quarry! Bauer doch keinen Scheiß! So, mal seitlich in das Haus rein. Scheiße, wusste ich, dass ich da nicht reinkomme. Hör! Zack! So, dann mache ich das hier rund der. Ich habe bloß Angst, dass sie das Neta-Portal abbaut. Aber wenn ich brauche mal ein neues. Genau. Wir haben genug. Und ich habe bald auch meine Dark Matter-Spitzer. Und dann geht das eh viel schneller. Und ich brauche noch Redstone-Torches. Ja, ich kann es vergessen. Die brauchte man ja auch noch. Na, die gehen doch schnell. Ey, die sind jetzt der schwerste Sparrow. Ganz ehrlich. Oh. Oh. Hättet ihr mir ja schon vorderlang müssen. Jetzt muss ich ja echt zwar wieder an die Truhe ran gehen. Nein, aber... Ich brauche ein Stückchen normales Holz. Da. Holz. Ich will so richtig Elektrik machen, ey. So richtig mit Redstone. So was will ich richtig machen. Da voll Bock drauf. So. So. Na, kommt's. So. Da die Quarry hin. Kommt das so? Was denn so? Zack. Auf welcher Höhe ist meine Quarry jetzt eigentlich? Oh, die hat Kohle abgebaut. Cool. Ein Java-Update wollte sich hier reinschleichen. Schon wieder? Ja, ja. Hat's bei mir vorhin auch gemacht. Ich hab das Java-Update bis jetzt noch nicht installiert. Okay, mehr als eine halbe Stunde. Nimm mal schon auf. Echt? 31 Minuten. Also, 20 Minuten. Kommt mir gar nicht so vor, finde ich. Kommt mir auch nicht vor. Kommt mir viel kürzer vor. Oh. Äh. Was wollte ich gerade machen? Ach, ja. Ah. Wo ist das Stück Kohle? Da. Ach, da arbeitet die Quarry. Jetzt fängt sie erst an. Das brauch ich. Ich brauch Eisen. Eisen. Zack, zack. Und. Und halt sein Diamanten. Äh, Redstone. Hab ich hier noch irgendwo Redstone? Redstone? Da hab ich noch Redstone. Die Truhe genau unter die Quarry? Äh, da drüber. Am besten. Also, über dieses Loch oben bei der Quarry. So, Convalence Dust. Äh, wie ging das? Aber muss da zwischen ein Feld platt sein? Ähm, nein. Scheiße, die Quarry baut ja auch nach oben. Das ist jetzt ja behindert. Zweimal normalen Stein brauch ich. Ich glaub, jetzt muss ich mal schnell reagieren. Sonst baut ihr mir den mit dem Thronenraum ab. Thronenraum. Thronenraum ab, so rum. Wieso? Was machst du denn du da? Ja, ich hab die so unter dem Thronenraum gesetzt. Ich wusste ja nicht, dass die noch nach oben abbaut. Das wäre echt total verpeilt. So, ich guck mal, in welchen Radius die abbaut. Warte, ich kann gucken in deinem Thronenraum. Oh, aber so knapp, ey. Oh, die baut fast an meiner Technik. Wie weit baut die in die Richtung? Okay, das geht ja noch. Wo sind die? Hier. Wo muss die Truhe hin? Wo muss denn die Truhe überhaupt hin? Ich guck mal zwei. Wo muss denn die Truhe hin? Setz mir die Meinung vorhin. Ich hab's ja dir ins Invent. Da. Da einfach ran. Ja. Dann geht das da rein, wenn die abbaut. Kann das auch eins drüber sein? Also... Ja, aber davon brauchst du dann halt ein Pipe. Ne, äh, Rundenpipe. Nein, ich meine... Ähm, Mann, ich komm grad nicht drauf. Zweien, also kann da ein Stein drüber sein, oder muss die öffbar sein? Also muss man die aufmachen? Äh, die muss, glaub ich, nicht aufmachbar sein. Also ich muss ja natürlich die Sachen rausholen, also... Aber egal, ich lass das jetzt einfach so. So, zack, zack, dass ich noch an die Steam-Engines rankomme. Zack, 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 zack. Na, kann ich da einen Stein legen? Ne. So, dann komm ich noch so etwas an die Steam-Engines. Dann baut die mir hier zwar das alles ab, aber egal. Mit meinem Thronraum etwas größer. Boah. Gut. So, sind die Steine fertig? Die Steine sind fertig. Gut, das heißt, ich kann mir jetzt... Ne neue Chemical Chest bauen. So. Ach, verdammt, ich brauch hier noch ne normale. Aha. War die nicht total schwer zu bauen? Nein. Nein, eigentlich wird's einfach, wenn man die Sachen alle hat. Ja, wenn man die Sachen hat. Dann so, dann du da hin, du da hin und du da hin, oder? So, wenn wir wieder da. Jo, be. Und, haha. So, jetzt brauch ich das Obsidian. Hoffentlich hab ich auch noch vier Obsidian. Na, ich hab drei Stück nur. Zählt mir ein Obsidian. Kann sein. Sie sind leicht kondensiert. So viel im CAT doch gar nicht, oder? Ne, aber... Ne. Ich hab jetzt, äh... Ist was anderes, wenn du die Kondenser... Deswegen, und wenn ich da jetzt was reinmache, dann wird alles, was ich da drinne habe, in der, äh, im Energy Kondenser direkt durch die Pipe durchgesendet. Und deswegen... Muss ich kurz ein Stück Obsidian abbauen gehen. Geht ja schnell. Ich nehm einfach das Stück vom Portal. Äh. Wo haben wir denn hier Lava? Da ist Lava. Ich weiß, dass irgendwo unten im Gang was ist. Ja, hier ist Lava. Da ist Obsidian. Ich hab sowieso irgendwie die Befürchtung, meine Quarry baut sich durch was durch unten. Hm. Ist doch nicht schlimm. Ja, ist es ja natürlich nicht, aber... Äh. Äh. Äh, es gibt's doch nicht. Wieso, was ist denn? Mir verbrennt jedes Scheißstück. Haha. Sag ich mal da eiskalt dazu. Gibt's... Da. Da vorne. Da vorne ist noch was. Da kann ich probieren. Abzubauen. Geht hier eiskalt durch meinen Thronraum, ey. Quarry. Ach, da ist die andere Truhe. Mehr als Fail kann man dazu einfach nicht sagen. Dass sie durch meinen Thronraum geht? Ja. Nicht so schlimm, hab ich einen größeren. Ich wollt ja sowieso, dass sie... Dass er etwas durchbaut. Ich wollt ja so einen Boden dazu machen. Bestimmt nice aus. Ja. So, jetzt hab ich vier Obsidian. Jetzt muss ich hier nur noch wieder rausfinden. Ach, hier vorne, ne? Gut, dann helfen wir mal der Quarry. Das hier ist bei Dödet. Ich bin bei Dödet. Das hier ist bei Dödet. Dann geht's hier zu mir. Genau. Boah, ich muss mal einen Schluck trinken. Ich kann ganz erzählen hier. Ja, ich hab noch gar nichts zu trinken neben mir überhaupt stehen. Haha. Na doch, ich hab was stehen, aber... Ist fast leer. Hm, leckere Fante. Ich hab... Ich bleib bei meinem Orangensaft. Neunten. Na. So, dann noch das hier. So, ein zweiter Energy Kondenser. Wo hau ich denn den mal hin? Ach. Provisorisch einfach mal hier hin. Ich brauche nämlich Stone Bricks. Wo hab ich Stone Bricks noch? Da hab ich noch normalen Stone. So. 20 Stone Bricks. Und jetzt... Hier hin. Ich mach's mal einfach. So. So, was mach ich als nächstes? Weiterbauen. Ja, ich überleg was? Dein Haus. Äh. Ja, hab ich ja schon. Wow, Dödet möchte man nicht sein Haus weiterbauen. Ich glaub, ich geh mal farmen. Das wär grad mal angebracht. Ich hab nichts zu essen, ey. Was hab ich denn hier noch? Chicken. Mal braten. Melektat Phoronens. So. Ich weiß nicht, soll ich noch eins machen? Und dann... Oh, da unten ist Uranium wahrscheinlich. So, ich hab mir jetzt für einen 8000 EMC Wert vom Diamond hab ich mir jetzt mal Chicken gemacht. Zwei Stacks. Dann müssen wir schon mal so viel. Zwei Stacks. Chicken sind ein Diamant. Gerade läuft Disney aus Prinzip. Oh. Ich weiß nicht, soll ich das dann noch eins suchen? Disney aus Prinzip. Ich guck mal, wie sähen das aus. Na. So, und jetzt farmen gehen. Und das fülle ich jetzt mit Glas. Ich hatte ja Bock, irgendwas zu bauen. Dann mach nochmal einen technischen Fortschritt. Nein, irgendwas Großes. Ein Haus oder so. Dann bauen wir eine Fabrik. Nee, ist ja langweilig. Haben wir ja schon mal angefangen. Also ich baue mein Haus zu einer Fabrik aus. Ja, ich baue wie gesagt ein Labor. Ich baue음. Die Teule. amba. Ich baue.